Hi, hier ist Kiki. Heute aus meinem Mini-Atelier hier in meinem kleinen Häuschen. Es ist wahnsinnig warm, weil unten nämlich die Klimaanlage geht, aber oben habe ich keine. Also sollte mal jemand Gast bei mir sein. Das gestern sind wir hier oben, das ist verdammt. Ich habe natürlich ganz viele weiße Wände und da muss jetzt noch mal was ran. Und da habe ich jetzt mir Leimwände geholt und die hole ich mir hier bei gelesen, weil ich gar nicht hier alles so machen kann, wie ich es gerne selber möchte oder in meinem Atelier möchte, aber ich kriege hier viel, weil hier hat nämlich ein Teddy aufgemacht im April. Und da habe ich mir jetzt Bastelleim geholt und ich habe mir, nein, das ist kein Hundekot, das ist nur ein Hundekotbeutel oder Sand drin, ich habe mir heute das Sand geholt und ich werde ein bisschen Struktur auf meine Leimwand bringen und das versuche ich jetzt das erste Mal mit euch. Der Leim, der kostet jetzt 3 Euro und den werde ich jetzt nochmal hier auf die Leimwand bringen und auf meine Hände. Und ich würde die Struktur nicht überall auf dem Bild haben, deswegen verteile ich ihn so ungleichmäßig und jetzt gebe ich da ein bisschen Sand drauf und verstreiche das in dem Klebstoff. So, da bin ich wieder. Das hat jetzt getrocknet. Der Klebstoff hat den Sand angezogen und ganz witzig, jetzt werde ich versuchen, das sieht. Ich will ja eigentlich gar nicht den Sand, ich will ja nur die Struktur. Aber wer weiß, was draus wird am Ende. Das sieht man ja dann doch ein bisschen Sand. Da bin ich gerade mit� Gilde und da. Ja, das sieht mann. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020